Möchten Sie mit Ihren Fußballfreunden zum elektrischen Love-Festival gehen? Star kommt in Salzburg in die elektrische Liebe 2023 das größte Fußballportal, hat zwölf Festival, Pässe im Wert von über 2500 Euro für Sie und Ihre Freunde. Nehmen Sie jetzt an unserer Konkurrenz teil und feiern im Juli wirklich. Das Kribbeln ist jeden Tag größer, denn das Electric Love-Festival 2023 nährt sich näher. 5 Plus-Stufen und über ein 160 Künstler verwandeln den Salzburg-Ring vom 6. bis 8. Juli 2023 bis der farbenfrohe Spielplatz In vorletzten Lineup-Phase wurde Robin Schulz in den Radiosendern der weltweiten Radiosender in illustren Liste von Raute 1123 Headlinern rund um Timmy Trompete, Hartwell, Steve Aoki und Techno-Lagons-Scooter aufgenommen. Der Sommer kann kommen. Wie können Sie auf Liga-Portal.at gewinnen? Beantworten Sie einfach die folgende Wettbewerbsfrage Wo findet das Electric Love-Festival statt? Sie kennen die Antwort. Senden Sie dann eine E-Mail mit dem Betreff 11 2023. Einschließlich der richtigen Antwort auf diese E-Mail-Adresse ist vor Spanboots geschützt. Um anzuzeigen muss eingeschaltet werden. April 2023 gezogen und schriftlich per E-Mail geschrieben. Viel Glück! Tickets im offiziellen Ticketshop Here Tickets Electric Love At Electric Love bedeutet seit 2013 Lebensstil, Musik und Abenteuer, eingebettet in das schöne Salzburg-League-Country in der Fuschelsee-Region. Juli können alle Fans der elektronischen Musik das einzigartige elektrische Liebes-Flair für hunderte von internationalen Künstlern aus den Genres von EDM, Hardstyle, Hardstyle, Techno, Techno, Tech-House, Bass oder Hip-Hop bis zum Abend genießen. Fotokredit EDM Kevin